5, 4, 3, 2, 1, BAM BITCH! Mein Name ist Dagon, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch eine weitere Situation Rainbow Six Siege anguckt auf meinem Kanal von mir. Ich würde sagen, dass meine Stimme gerade so ein bisschen versagt, aber da muss ich wohl jetzt durch, nein Quatsch, Spaß beiseite. Schwer befestigt, so heißt sie, die letzte Situation. Ob ich jetzt noch die anderen Situationen spiele, die ihr jetzt nicht gesehen habt hier auf meinem Kanal, das werde ich noch spontan entscheiden, kann ich euch gar nicht sagen, ob es tun werde und wann es tun werde und wie es tun werde. Ihr könnt es natürlich gerne mitentscheiden, einfach ab in die Kommentare damit. Ja komm, mach noch 1, 2, 3, 4, ich glaube ab 5 habe ich gespielt, jetzt versagt meine Stimme schon wieder. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß mit dem Video bzw. mit dem Let's Play und auch hier wieder, ich habe es nicht vorher gespielt, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Also, have fun. Die Geisel wird an einem abgelegenen Ort voller Feinde festgehalten. Viele wurden mit Bombenwesten ausgerüstet. Sie haben in den Engpässen der Hütte Nester mit Nitro-Handys platziert. Thatchers EMB-Granaten deaktivieren elektronische Zünder und verhindern eine Kettenreaktion der Sprengladung. Schon wieder eine Geisel quasi, ja, beschützen. Die haben Bombenwesten, das ist ja ganz toll. Ich sehe es schon, ich werde ganz oft fehlen. Kann man springen? Darf man ja. Doch. War jetzt gerade doof. Weißt du, spielst das Spiel so oft und jetzt auf einmal, äh, weiß ja nicht, ob die überhaupt springen können. Äh, was? Wo? Wo denn? Doch, da. Habe ich doch richtig gesehen. So, von der Knarre her würde ich sagen, ist das eine G3. Die nennt sich hier aber AR33. Ah, oh, Sprengstofftyp. Hat er sich gerade selbst gesprengt. Jetzt schon. Sieht fast so aus. So, ich hatte hier irgendwelche Dinger dabei. Ne, das nicht. Und zwar hier wahrscheinlich, ja. Versteck dich doch nicht dahinter. So, ne Blendgranate bringt dir jetzt auch nix mehr, mein Freund. Ui, 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 ui. Ich treffe nicht. Da war er. Da war er, die dumme Sau. Hm, 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 hm. So, und da geht's raus. Da will ich gar nicht hin. Ich gehe mal davon aus, dass die Geisel oben ist. Und dann würde ich sagen, gehe ich, ich nehme mich jetzt auch mal hoch. Ne, ich könnte auch in den Keller gehen, habe ich gerade gesehen. So. Einmal um den Kopf herum geschossen und dann ist den Kopf getroffen. So. Ne? War nicht schlecht. Hatte was. Einfach schlecht war das. Rechnet doch keiner mit. 60% habe ich noch. Man, 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 man. Da rechnet doch keiner mit, Freunde. So, was sagt ihr denn? Soll ich den Rest auch noch spielen? Ruhig in die Kommentare rein, ob ihr den Rest auch noch sehen wollt, beziehungsweise den ersten Rest, nennen wir es mal so. Weil 1, 2, 3, 4 und 5, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, habe ich ja quasi übersprungen. So. So. Tun wir hier nochmal ein bisschen sprengen. Wunderbar. Und da haben wir auch nochmal was. Wunderbar. Alle weg? Ne. Ich höre hier noch eins. Da war eins an der Wand. So. Eine schöne SIG-Sauer-P226. Hier geht's raus. Verdammt. Da ist die Geisel wohl. Nebenan in den Raum. In die Räumchen. Achtung, weggucken. Das war nämlich eine Blendgranate. Ei, 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 ei. Ich komme. Da ist die Geisel. Oh, fuck. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Wo hast du denn denn hingeguckt? Hier. Dachtest du, du kannst mich da durchsehen? Hast du Röntgenbrille an oder was? So. Auf jeden Fall mal auffüllen. Ich hoffe, es kommt jetzt auch gerade keiner. So. Einmal aufgefüllt. Ja, jetzt muss ich ja wieder nur mit Pistol rumlaufen. Weißt du? Und cool. Egal. Schnell raus hier. Die Geisel befreien. Du bleibst mal hier. Sag dir, du bleibst mal hier. Ja. Hallo. Darf ich die Geisel hier jetzt nicht mehr ablegen? Wie das mal in einem anderen Video ging. Egal. Einfach runter. Auch der hat die gar nicht mitgenommen. Ist nicht wahr. Fail. Der hat die gar nicht mitgenommen. Mann. So. Komm. Mach kaputt die Scheiße. Komm mit jetzt. Sofort. Ja. Bitte. Los. 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 Geh. 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 Nein. Ja. 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 Lass ihn rauskommen. Autsch. Wow. 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 Wo ist der Typ? Blindgranate. Ich muss ihn erwischen. Danke. Puh. Seh nix. Ich bin blind. So. Geisel leben noch. Ich hab noch 17%. Sie tun was ich sage, wenn ich hier sage. Okay. Ja. Mach mal. Wow. 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 Das war wahrscheinlich der letzte Typ. Mit dem rechnet doch keiner. Hi und Dankeschön fürs Anschauen des Videos. Ich hoffe es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir wie immer einen Support-Daumen nach oben. Das würde mich vieles freuen. Und gerne kannst du mich abonnieren für mehr Videos. Ich habe Spaß dran Videos zu machen für euch. Sie euch bzw. ganz YouTube zu zeigen. Deswegen wäre es cool, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet, dass ich diesen Spaß auch nicht trampeliere. Deswegen abonniert mich, kommentiert mein Video und verteilt Daumen nach oben am liebsten. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich habe in dieser Mission ziemlich gefehlt. Und ich würde sagen, ich spiele die Mission nochmal. Soll ich sie überhaupt nochmal spielen? Ich war ja quasi am Ende. Hm, das weiß ich noch nicht. Entscheidet ihr, Kommentar rein, nochmal spielen. Oder da die Mission quasi am Ende war, kannst du es auch sein lassen. Weil man hat ja schon alles gesehen. Quasi. Ne, das Ende wäre, den Typen hätte ich dann noch abgeknallt, der da oben raus kam und dann wäre das Ende gewesen. Weil dann hätte ich die Geisel weggeführt. Ansonsten sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Poste rein. Bleibt begeilt. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.